so herzlich willkommen zu einer weiteren folge der division 1 mit der best natürlich der ending tschuldig sich wurde letztes mal gerückt ending wenn ich da war angst recht von mir sondern rechts weil ich mache dann schon recht schau falls noch links wäre es hat dann sehe ich jetzt nichts habe ich gemacht kommen welche habe ich aber schon in der konsole kommt ans kommt ans wenn du das aber machst wo ich das hintere von der konsole ich hole da war die hintere konsole aber es auf sie nein ich muss nachladen waffe ins kreuz kommt zack schlecht wenn ich mein kuffer komme dann liegt er vorne irgendwo koffer warte kommen noch sind aber noch gegner angezeigt nehmen du ich habe wieder schild ich werde ein bisschen warte kommt warum überrennst du mich alles klar mann überhaupt nicht exit die haben hier zu schnell überlaufen die gehen nur für mich anscheinend dass die mich noch nicht erwischt haben ich würde mich uhr auslassen ich kann mir die kippen aber alle verwendet so wir brauchen diese vorräte wirklich danke ähm zum nehmen wir einen satz runter in der andere land soll jetzt zeigt er aber nicht an den streifen aber ich renne dir mal nach aber jetzt habe ich ja ja weil er lasst du den müsli regel geben trottel dann nicht ja was hast du für ein problem oder wenn du den regel nicht nehmen willst schlampe dann lass es bleiben was ist denn Kein Grund zur Gewalt. Kein Grund zur Gewalt. Sushi, Pizza. Oh, Gegner. Shit, shit. Oh, was hat die das mal endlich wieder leichter? Pass auf, da ist ein Sniper hinten. Sechs Level Unterschied. Das war quasi im Vorbeigehen. Genau. Ja, darum sollten wir die Gebiete eigentlich gleich machen, weil sonst ist das zu leicht auch wieder, sonst gehen wir da zu sehr durch irgendwie. Ist aber auch gut. Dann haben wir mal was leichteres. Chill, chill out Phase. Ja, aber darum habe ich gesagt, wir können immer so ein bisschen jetzt unten das machen. Ja. Dann tun wir uns sicher auch ein bisschen ein. Warte, da ist aber was, den Bereich durchsuchen. Ja, das ist die Mission schon. So. Ich habe das Ecke schon durchsuchen, was soll ich da noch? Da ist was am Eck. So, das geht nur bergab, das geht nur runter. Ich gehe hin. 1,5 4. Wir brauchen euch der Basis, schnell. Oh Gott. Ach das? Ich gehe hin. Da war im Auto. Ich gehe hin. Da ist da im Auto drin. Ja. Na ja. So. Das war's. Jetzt ist das Teil 3. Ja. Ich hoffe, ich kann es dir haben. Oh, okay. Ich habe doch einen anderen Druck in dieser Seite. Ich bin der Schüttler. Das war's für heute. Welchen Bereich, den Bereich? Ja. Ah! Das finde ich auch ganz gut gemacht, diese nachgestellten Szenen. Ja, das stimmt. Das war's für heute. 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 Ich glaube schon. Ja. Das war's für heute. 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 Gute Arbeit Agent. Danke für die Hilfe. Läuft. So. So, was haben wir noch? Da gibt es einen Kampf. Gehen wir zu dem gleich da rechts Richtung Safehouse. Mal schauen, ob wir gleich jetzt markiert haben. Die Grünen habe ich. Ja, ich auch. Passt. Aber ich brauche dann schon bald ein Safehouse. Da ist irgendwas. Das sind Gegner, glaube ich. Ah, links sind wir. Passt vorher. Oh, warte mal. Filter Stufe 2 erforderlich. Oh, da bist du schon weitergelaufen. Du hast die Gegner aufgeschaut und ich muss sie bearbeiten. Oh. So, was hast du gesagt? Filterstufe 2? Filterstufe 2? Wo kriegt man Filter? Filter kriegt man ja nicht ausrüsten. Filter wird automatisch. Durch die Klinik. Okay, ich hab nur Filterstufe 1. Ich hab 3. Du hast nur Filterstufe 1? Ja. Was machen wir für nur 1? Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ich kann da nicht rein. Versteh ich aber nicht. Das heißt, ich muss in der Klinik mehr ausrüsten? Du musst schauen, was du mit... Nein, nicht mehr. Bei bestimmten Punkten steht dabei, dass du einen Filter höher hast jetzt. Aber dass du nur 1 hast, wundert mich. Wir haben ja nicht so viele unterschiedliche Sachen, oder? Ausbaut. Verlassen des kontaminierten Gebietes. Warte mal. Vielleicht kann ich das da machen jetzt. Was da? Nee. Filterstufe 1. Na gut, dann gehen wir jetzt in die Basis zurück. Ich brauche eh eine Basis. Aber wie kriege ich Filter... Na, das checke ich immer noch nicht. Wie kriege ich Filterstufe 2, Alter? Aber wo bist du jetzt gegangen? In die Basis. In die Hauptbasis? Mhm. Du musst die Klinik ausbauen, dass du das kriegst. Glaube ich. Wenn ich mir zu 100% sicher bin. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ja. Ich hab 60% von Militischen... Mal schauen wir das jetzt gleich nach. Mal interessiert das jetzt auch. Mal schauen wir mal. Na dann Google mir mal. Wenn man hier gespawnt sahen... Ja, Medizin habe ich erst 30% ausgerüstet. Ah, ok. Ja, ich glaube schon 60. Ausbauten verfügbar. Ich weiß gar nicht, dass ich verfügbar habe. Ok, 900 habe ich da. Ausbauen. Nein, ich kann da nichts ausbauen. So, dann tun wir uns mal ausrüsten, neue liebe Leute. Da habe ich was besseres. So, jetzt habe ich 50% ausgerüstet einmal. Aber es steht irgendwo dabei extra. Da kriegst du Filterstufe dazu. Jetzt habe ich Filterstufe 2. Ich habe jetzt einen Hilfsposten, der Verbündete heilt und ausgeschaltete Verbündete wiederbeleben kann. Oder ist das das, was du mir immer zugeschmissen hast? Was hast du genommen? Wie heißt das? Wenn du mir sagst, wie das heißt, dann kann ich es dir sagen. Hilfsposten. Ja, ich meine, wie das, was du jetzt in den Medizinflügel genommen hast. Nein, das ist bei Fähigkeiten ist das. Jaja, aber was hast du ausgebaut, dann... Ich weiß nicht, wie du die Fähigkeiten hast. Ich weiß nur, dass das bei Katastrophen hier freigeschalten wurde. Schau ich gleich. Virenlabor und Quarantäne habe ich gemacht. Ok, schau ich gleich. Aber ist das nicht gerade besser gewesen? Na, wir werden mal schauen, was das ist. So, sicherts Flügel. Wie hast du gesagt? Hilfsposten, ja. Ah, so ist das. Ja. Das ist das, was ich habe. Ok, das habe ich jetzt auch genommen. Das ist dann ein Blödsinn aber eigentlich, oder? Ja, dann kannst du das nehmen. Ok. Dann nehme ich was anderes. Oh, du bist der scheiß Laptop. Alter. Obwohl, wäre gut, wenn wir es beide haben, oder? Weil, wenn du da bist, kannst du es mir werfen. Ja. Ja, dann lasse ich das. Ok. Ich finde das so. Ah, da ist der Laptop. Ja, jetzt seht ihr hier live noch die Ausbauten. Bevor wir uns verabschieden. Tagsunvorräte. Jetzt kann es richtig losgehen. Dann sofort sind sie mein absoluter Liebnis, Herr Ernst. So, und der dritte ist da rauf. Dachflügel. Da machen wir auch 740. Okay. Dann kann es arbeiten. Detentivisch hier schenken wir den Redest. Brauchen wir das Gegner markieren eigentlich noch? Na, glaub, das kannst du jetzt mittlerweile schon weggeben. Weil dann kann ich ein anderes Talent nämlich machen. Ja, nehmen was anderes. Das musst du nicht mehr umbringen. Hey, das haben Sie gesehen. Wie ist das Leben so zu Ihnen? So, Leute, ausgebaut ist alles. Wir werden uns aber erst im nächsten Abend da ja wirklich wieder reinchecken. Bis dann. Haut rein. Haut rein. Mach's gut. Und tschau.